Die gehen aufs Haus, weil du auf mich geschossen hast. Und du warst ein so hübscher Wendigo. Kannst du mit dich schon arbeiten? Ja, mir geht's gut. Es ist fast so, als wäre gar nichts passiert. Abgesehen von Billy. Niemand konnte ahnen, dass Agent Fallon der Wendigo war. Ich weiß. Trotzdem ist es ein merkwürdiges Gefühl, dass wir Billy nicht beschützen konnten. Er wollte mithelfen, den Wendigo zur Strecke zu bringen und genau das hat er doch gemacht, oder? Ich bin sehr froh, dass du nicht mehr in Gefahr bist. Und Andy auch nicht. Apropos, was hast du ihm erzählt, warum wir alle im Park gewesen sind? Ich hab ihm die Wahrheit gesagt. Hör auf! Wirklich? Ja, ich hab ihm gesagt, dass alles, was er gesehen hat, real war und dass Agent Fallon der Wendigo war. Und dass, wenn wir nicht gekommen wären, er und Piper getötet worden wären. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte sagen sollen. Wie hat er reagiert? Sehr merkwürdig. Entweder er war noch zu zerschlagen oder aber er hat mir einfach geglaubt, denn er hat kaum etwas in Frage gestellt. Das war das offenste Gespräch, das wir seit langer Zeit geführt haben. Tja, man könnte ja darüber nachdenken, ihm etwas über Hexen zu erzählen. Hm. Also, die Arbeit ruft. Ähm, ach ja, richtig. Das hatte ich ja ganz vergessen. Ich wollte ja noch mit dir reden. Bitte sei nicht böse. Aber ich kündige. Was? Ich finde es großartig, was du für mich getan hast. Und die Arbeit war auch okay. Ja, nur, ähm, jedes Mal, wenn ich bei euch etwas anfasse, laufe ich Gefahr, eine Vision zu haben. Und das ist einfach zu belastend für mich. Und außerdem ist es deine Welt. Jeder muss seine eigene finden. Das wirst du. Haltet euch aus meiner Welt raus, sonst drehe ich euch den Hals um. Jetzt guckt nicht so. Das war ein Scherz. Jetzt guckt nicht so. Das war ein Scherz.